in diesem video schauen wir uns jetzt einmal die möglichkeiten an wie ich sehen kann ob mein team oder mein kanal überhaupt betrieben wird ob ich das auch noch weiterhin betreiben soll oder ob ich das team vielleicht einstampfen kann dafür gehen wir jetzt einmal hier in dem bereich allgemein auf die drei punkte und gehen in die kanalverwaltung hier oben haben wir den reiter analyse und wenn ich hier drauf gehe sind wir auch schon im analyse bereich und das was jetzt hier seht ist es eigentlich auch schon mehr haben wir jetzt hier für diesen kanal nicht zur aus hier oben haben wir zuerst einmal die möglichkeit die zeitliche spanne zu definieren ich gehe einmal auf die letzten 30 tage und in der zusammenfassung sehen wir einerseits wie viele benutzer haben wir wie viele apps sind im einsatz mehr auch nicht im bereich einsatz sehen wir jetzt schon die ersten nummern wie viele beiträge wurden in dieser zeit platziert wie viele antworten gab es erwähnungen oder auch reaktionen und hier unten in dem bereich einsatz sehen wir diese daten die wir hier oben sehen noch mal herunter gebrochen auf die einzelnen tage und wenn wir auf einen tag hubern können wir hier auch noch mal in einer detailübersicht sehen an welchem tag befinden wir uns hier gerade wie viele beiträge antworten erwähnungen und reaktionen gab es denn das können wir auch für die anderen tage machen hier waren es jetzt zwei antworten und am 18 vierten was ein beitrag eine antwort an allen anderen tagen war jetzt hier nicht wirklich viel los wenn mir das ein bisschen zu wenig ist könnte ich diesen kanal wenn es nicht der allgemeine wer den kann man nämlich nicht löschen ließen dicht machen wenn es jetzt ein komplettes team wäre wäre es auch eine überlegung wert das team vielleicht einzustampfen weil die beteiligung zu gering ist haben wir uns jetzt einmal an indem wir hier auf den kanal gehen die drei punkte im verwalten auch hier haben wir die möglichkeit uns eine analyse anzeigen zu lassen und auch hier werden wir jetzt zunächst einmal auf die 30 tage springen in dieser übersicht haben wir auch schon ein paar mehr möglichkeiten rückschlüsse zu ziehen und auch analysen anzustellen in der zusammenfassung haben wir neben unseren benutzern wieder die anzahl der apps und anders als im kanal haben wir hier auch die ansicht wie viele besprechungen es in dieser zeit gegeben hat also besprechung kommen jetzt hier neu mit dazu und auch wie viel speicherplatz wir auf dem sharepoint einnehmen rechts daneben haben wir wieder die einsätze eins zu eins dasselbe was wir eben im kanal gesehen haben beiträge antworten erwähnungen und reaktionen und hier drunter finden wir nun eine übersicht über unsere aktiven benutzer und auch die rollen die sie beinhalten wie viele aktive benutzer haben wir wie viele davon sind interne mitglieder und wie viele davon sind externe also gäste das alles kann ich hier in diesem bereich aktive benutzer und rollen sehen gehen wir einmal nach unten bekommen wir auch noch mal die übersicht unserer aktiven benutzer an welchen tagen war denn die aktivität wie hoch das sehen wir jetzt hier auch in dieser kleinen skala und auch hier können wir wieder mit der maus drüber hoover uns dann ganz genau den tag und die anzahl der aktivitäten anschauen hier sehe ich jetzt allerdings nicht welche aktivität durchgeführt wird jetzt hier im rechten bereich neben den aktiven nutzern haben wir den gegenpart da haben wir die inaktive aktivität jedoch runter gebrochen auf die kanäle hier sehen wir wann die letzte aktivität in einem kanal stattgefunden hat und das ist eine top übersicht heißt im effekt kanäle die x tage eine aktivität hatten werden hier angezeigt direkt darunter finden wir nun die besprechungen anhand einer kleinen skala hier sehen wir nun an welchem tag wie viele besprechungen durchgeführt wurden diese übersicht ist aber ein wenig verwirrend denn wenn ihr mit eurem team eine besprechung durchführt und diese über den kalender also hier in dem bereich den kalender nutzt und nicht den termin direkt in den kanal pusht wird diese aktivität hier nicht angezeigt wieso machen wir das so ganz einfach wenn wir eine besprechung über den kalender erstellen haben wir mehr möglichkeiten ein größeres funktionspaket als wenn wir den termin direkt in den kanal pushen dort kann ich einige dinge nicht durchführen deswegen ist auch eigentlich eher die empfehlung über den kalender zu gehen und nicht direkt im kanal eine besprechung zu erstellen nun springen wir einmal weiter in den letzten bereich da haben wir die einsätze und so wie wir es eben auch schon in der analyse des kanals gesehen haben habe ich hier noch mal für jeden einzelnen tag eine analyse an welchem tag wurden welche aktivitäten beitrag antworten erwähnung und reaktion durchgeführt habe ich mir das ganze angeschaut ein wenig darüber nachgedacht könnte ich jetzt auch rückschlüsse darüber ziehen ob es sinn macht dieses gesamte team weiter zu betreiben oder eventuell der ein oder andere kanal eingestampft werden kann